so erster advent ich bin jetzt mit dem spaziergang unterwegs richtung rodungsschneise bei morgen an barrio morgen gerade schon das bühnenprogramm wo ich die videos aufgenommen habe das gibt es natürlich auf meinem youtube kanal spätestens morgen nachmittag also wahrscheinlich schon online wenn das video auch online kommt weil das netz halt nicht so gut ist hier heute gab es ja auch die aktion von aktion schlagloch die blockade aktion an dem barrio morgen und es gab wohl auch in wasserwerfereinsatz und pfeffereinsatz es ist ja schon gut angenommen Letzte Woche wurden Barrikaden geräumt und eine Nacht später wieder aufgebaut. Wasserwerfer bzw. Räumpanzer aus NRW, aus Köln und das Bayerische USK-Unterstützungskommando war hier und hat die Barrikade geräumt. Habe ich auch gefilmt. So ein richtig schöner Wald. Trinkwasserschutzgebiet und Trinkwasserspeicher für 500.000 Menschen aus dem Raum Frankfurt. Aber die müssten ja hier eine Autobahn durchbauen. So. 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 gestern stand hier bei dem bei der kinder demo ein wasserwerfer an dieser stelle da vorne geradeaus der steht jetzt bei den aktivisten von aktoren schlagloch weiter links oben aber die polizei steht auch da zwar ohne wasserwerfer aber mit polizei unterstützung das ist ein tor was man offen machen könnte da kommt karton der polizei so das so Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ja hier liegt ganz viel Holz noch, ist noch nicht abtransportiert. Da kommen sie wieder. Ich brauche Sonderorlaub. Da laufen sie wieder. Ich brauche Sonderorlaub. 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 Bis kurz vor dem Barrio. Ich brauche Sonderorlaub. Ich brauche Sonderorlaub. Ich brauche Sonderorlaub. Ich brauche Sonderorlaub. Jetzt bin ich da und drehe jetzt noch ein neues Video, was es dann auch zu sehen gibt. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Ich brauche Sonderorlaub. Ich brauche Sonderorlaub. Ich brauche Sonderorlaub.